Der Bund zwischen unseren Völkern existiert nicht mehr. Ruf mich! Ruf mich! Ruf mich! Kann ich das blockieren? Ich glaube nicht. Ja, das ist echt gerade ärgerlich. Vor allem, weil Pergamone mir gerade alles weg nimmt. Und ich überlege gerade wirklich, ob ich mit Pergamone nicht einfach einen Krieg anfange, weil der fängt langsam richtig an mich zu nerven. Der nimmt einfach alles weg. So. Ich gehe mal hier schon mal in Position, falls der mich nicht mehr so toll findet. Können wir den auch einfach überrennen? Minus 3 Nahrung ist nicht sehr attraktiv gerade. Hier. Wir haben ja, also jetzt sind wir zum Glück wieder positiv. Da haben wir wieder 11 Nahrung. Das lag gerade am Winter, dass wir gerade einen Minus hatten. Aber das ist ja, ist alles in Ordnung. So. Genau. Du kommst nämlich nach unten und räumst hier mal auf. Ähm. Ja, du bleibst da. Du gehst mal weiter. Du gehst mal. Ah. Darum kann, dann kann man gar nicht hingehen. Du gehst mal auch weiter. Du marschierst schon. Du, du, du. So. Wo bist du denn gerade? Du bist schon in Spanien. Zieh mal einen an. Wieso kannst du da hinten nicht hinlatschen? Egal. Äh. Du latscht mal Richtung Norden weiter. Du versuchst hier den zu blockieren. Und weiter geht's. Gut. Hm. Also, in Rom, also in Italien, ist es... Großzügigkeit zwischen Freunden. Ja, welche Freunde. Ähm. Ist... In Italien ist es sehr interessant gerade. Weil es wirklich, äh... Ja, Sparta und, äh, Avena. Also, Avena, ähm, haben bei mir schon öfters mal, äh, Rom besiegt. Aber Sparta noch nie. Es sei denn, ich war Sparta. Hihi. So. Hm. Oh, schade. Der hat das nicht geschafft. Oh, der ist schon wieder da. Äh. In aller Munde. Was ist denn da los? Die Frau eines euren Magistrate behauptet, äh, ein junger General habe sich ihr aufgedrängt. Ihr Ehemann, er sucht euch nun, um die Erlaubnis den jungen Mann zu töten. Ähm. 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 Genau. Wir untersuchen weiter. Weil, also an, an sich, ähm, ist das, äh, war das gar nicht schlimm. Also, vor allen Dingen im Rom, äh, im alten Rom war das so, dass, äh, wenn eine Frau, äh, fremdgegangen ist, äh, wurde sie einfach getötet. Also ohne, ähm, Gericht und ohne, ja, war einfach Wurscht. Äh, im Griechenland, äh, war das schon ein bisschen anders. Aber, ja. Äh, äh, ja, ich, ich hatte schon öfters, äh, ne, ähm, dieses schlechte Omen. Und deswegen weiß ich, dass man das weiter untersuchen sollte, weil die Frau nämlich, äh, lügt. So. Äh, das, äh, nehme ich ein. Du, äh, hältst mal die Klappe hier. So. So, 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 so. Ja, der hat's natürlich eingenommen. Ähm. Ähm. Ja, wunderbar. 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 Ja, ich überlege wirklich, ob ich dir einnehmen soll. Die da sind eigentlich, also Chimera, aber Chimera, komm, Chimera werde ich jetzt auch einnehmen. So, ich, ich werde jetzt einfach alle einnehmen. Äh, ihr könnt ihr ja mal schreiben, ob ich Pegaman auch einnehmen soll, oder ob ich mit denen, äh, lieb und nett, äh, äh, nebeneinander leben soll. Was ich nicht, äh, unterschreiben würde, was ich kann. Nein, Spaß. Ähm. Hier war ein Handel. Hier ist Nahrung. Das lassen wir mal alles hier, hier mehr Nahrung. Gut. So. Jetzt mal die ganzen Truppen, äh, verschieben. Ähm. Also ich, ich glaube, äh, zu diesem Zeitpunkt, ähm, ist es eigentlich kaum möglich noch zu verlieren, wenn ich ehrlich bin. Weil man hat seine Fullstack-Armeen und, ähm, dadurch, dass der Gegner, ähm, ja, nicht so viel kämpft, wie man selbst. Ähm, hat er nicht, äh, nicht so viele, äh, nicht so viel Erfahrung. Also die Einheiten sind dann nicht so stark wie, äh, äh, die eigenen. Äh, aber was viel wichtiger ist, ähm, die Gegner haben sehr viele Armeen, aber nicht sehr viele Fullstack-Armeen. Wenn, äh, die Gegner aber... Wenn ihr wirklich euren Göttern dient, denkt sorgsam und mit klarem Kopf über meine Worte nach. Ne, zahlen tue ich nix, wieso sollte ich was zahlen? Ähm... Genau, also, äh, ich habe ehrlich gesagt, äh... Oh, schade. Äh, ehrlich gesagt noch nie, genau, ähm, hier, die Frau des Magistraten. Äh, weitere Untersuchungen ergaben, dass die Frau den jungen General zu verführen versucht hatte, äh, und abgewiesen wurde. Nachdem ihr Gemahl die Wahrheit herausgefunden hatte, verstieß er sie und entschuldigte sich bei allen Beteiligten. Das Verstoßene war noch die humane Art, sag ich mal. Also, ja, das Töten war dann schon, äh, die größere... So... Da wollte ich eigentlich, äh, den, den Dude, äh, töten, äh, verdammt. So... Also, ähm, wenn Pergamon das hier eingenommen hätte, also Mazzaka, dann hätte ich, äh, ohne zu zweifeln, äh, Pergamon den Krieg erklärt, weil hier Eisen ist. Ich glaube, ich habe ja nirgendwo anders Eisen. Äh, soweit ich doch hab... Ne, oder? Ne, er hat, äh, ja doch hier. Ist mir doch egal. Ich wollte Eisen. So, warte mal. Da schaue ich mal gerade. Wo ist Eisen? Hier. Raga, da habe ich der Rüstungsschmied. Da mache ich hier nicht den Rüstungsschmied, sondern den, ähm, den Schild, äh, Schwert, Schmied, bla, blub. So, und du gehst weiter. Du gehst mal hier hin und machst... Ja, okay. Hier ist halt, äh, der Wohlstand in dieser Region ist, äh, wirklich grottig, deswegen kann, können meine, äh, Einheiten nur so wenig laufen. Ähm. Achso, ich dachte, äh, die sind auch meine vermindeten. Aber das sind es nicht. Jetzt so fahren. Wüstenschlange. So. Hier unten wird es halt in dem Fall gefährlich, weil ich hier nur eine, äh, Fullstack-Armee habe. Die zwar ziemlich gut ist, aber es könnte, es könnte noch anders kommen. Warte mal. Warte mal. Achso, aha, Mann, der, ja, das ist so ein ärgerlich, dass, äh, dass der dann wirklich, äh, feindlich wird. Gut. Ja, 27, jetzt, äh, ähm, baue ich mal alles aus. Äh, und schau dann, wie es, äh, mit der Ernährung weitergeht. Aber ich glaube, jetzt, äh, sind wir wieder ziemlich stabil. Gut. Ah, nie. Wie ist... Upsi. Entschuldigung. Äh, lalalala. So, wir sind schon wieder fertig. Nein, sind wir nicht. Die ist auch noch nicht gelatscht. Ähm, muss jetzt, äh, weiter in den Norden. Die geht auch weiter, oder? Ne, warte mal. Ne, du, du bleibst, du bleibst mal hier. Äh, nur falls, äh, wir wirklich, äh, mit, ähm, Pekamon Krieg anfangen. Die 10.000, die bekommen auch was. Äh, lop, lop, lop. Hier, das da. Alexander Stolz bekommt natürlich auch was. Das da. Und die Clown bekommen nix. So. Ach, ist das schön, ist das schön. So. Es wartet rum. Angriff. Seht nicht bequem von einem Hügel herab. Von einem Hügel herab? Ähm, du weißt schon, erstens, dir ist am anderen Arsch der Welt. Äh, zweitens, äh, weißt du, wie groß das ist? Was wir sind. Jetzt mal halt. Ähm, nö. Nö, 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 das machen wir nicht. Mal schauen, ob Rom jetzt schafft, Roma wieder zurück zu erholen. Das wäre mal super interessant. Aber ich weiß gar nicht, ob die das schon geschafft haben. So, schon mal und, äh, wieder verloren hat. Ich glaube noch nicht. I don't think so. Apropos Rom, ich muss äh, später noch äh, äh, Rom Folgen aufnehmen. So, genau, die wird erwachsen, noch eine neue Erwachsenen, erhöht, 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 Mission erteilt. Äh, folgende Armee. Ach, die da. Ja, komm. Das war die. So, die haben auch noch mal oder der. Gut. Du kommst mal nach, ach, Antiochia ist ja auch, oh Gott. Du bleibst mal, du gehst mal wieder hier hoch, baust deine Armee aus. Und dann werde ich mal schauen, dann bringe ich dich mal in Position. Ähm, die werde ich jetzt noch nicht angreifen. Warte mal, hier irgendwo ist doch auch noch eine Fullstack Armee von ihm. Die kann halt hier in diesem Bereich sehr, sehr viel Schaden anrichten. Okay, da, da ist eine. Da ist eine Fullstack Armee, da ist eine kleine. Aber die, die wird ausreichen, um kleine Gebiete zu erobern. Da ist eine Fullstack Armee. Da ist eine. Da ist eine Flotte. Ja, also, es wird halt dann spannend. Also, ich muss quasi dann erstmal hier alles. Ich muss dann hier quasi alles erstmal, ähm, einnehmen und dann mit den Armeen, äh, in Pergamon einfallen. Der fängt hier jetzt an, eine Armee aufzubauen. Mit der Misch, Misch, Misch traurig würde ich auch. Ähm, Moral. Warte, was wollte ich? Äh, Stolz. Ähm, Angst, Einschüchterung, ne, das mache ich nicht. Das ist nicht so, so erfolgt oder so krass wie jetzt, ähm, wie jetzt zum Beispiel Kriegsschrei oder Stolz kenne ich noch nicht ehrlich gesagt. Ich mach mal Stolz. Ich mach mal Stolz. Ähm, hier sind wir auch relativ, relativ weit. Wir können das hier voll machen. Korruption ist immer gut, wenn die niedrig bleibt. Aber hier Nahrung. Nahrung ist, äh, sehr schön. Was haben wir hier alles? Hier haben wir schon fast alles. Wir brauchen, äh, quasi nur die, die zwei noch. Dann haben wir alle, also dann bekommen wir, äh, die Bewegungsreichweite. Was super ist. Also noch vier Runden. Gut. So, die bleibt da. Die kommt wieder runter zu mir. Die geht mal hier hin. Die muss jetzt halt nicht, ähm, irgendwo hin paddeln. Gut, ich glaube ich, äh, weiß schon, alter, Massilia ist riesig. Das, das wird cool. Das wird richtig cool gegen die zu kämpfen. Ich könnte, genau, also ich, ich werde das hier jetzt, ähm, einnehmen. Dann. Hm. Also, ähm, Pergamon ist halt auch, äh, schön groß. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, was? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 16, 17 pro, ähm, Städte hat der. Aber, der hat nur 1, 2, 3 Provinzen. Das ist nichts. Das ist, äh, zu wenig. Ähm, Massilia dagegen hat 1, 2, 3, 4, 5. 5? Ne. 5? Ja, okay, 5, ähm, Provinzen. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. Äh, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ähm, 2, 4, 6, ja, wir haben, glaube ich, so, um, um die 40. Und sehr viele Provinzen, das ist halt, äh, unser Vorteil. Aber trotzdem, Massilia wird interessant. Hier oben muss ich, äh, schauen, die Gallische Konföderation ist auch groß. Die ist auch sehr schön groß. Okay, dann wird sich's wahrscheinlich, hier denke ich, die ganze Zeit, äh, das sind, äh, die, ähm, das, äh, das sind Sklaven. Aber, naja. Ah, Syrakos hat sich auch noch, äh, äh, gehalten. Hier sind die Ikener, die sind winzig geblieben, was, äh, sehr interessant ist. Normalerweise, ähm, machen die, äh, um diese Zeit dann die, äh, britische Konföderation. Und ist dann, bam, voll riesig. Die Awener sind, äh, verdrängt worden und sind jetzt in Rom. Hm. Okay, ich, ich mach trotzdem diesen Bouncer, bevor ich dann Richtung hier vorstoße. Also, ich, äh, ich will, äh, hier schauen, äh, wie es da aussieht. Und ich, ich glaube, Pergamon werde ich angreifen. Weiß ich noch nicht sicher. Vielleicht. Gut. Noch nicht sicher, äh, je nachdem auch, äh, was, was ihr wollt. Also, das könnt ihr dann auch entscheiden. So. Äh, wenn ich, äh, gegen Pergamon vorgehe, dann muss ich halt erstmal schauen, wo seine ganzen Armeen sind. Also habe ich ja schon, aber, äh, nochmal genauer. Ähm, und dann muss ich zum Beispiel die da, die beiden da einnehmen und, äh, hier oben sind seine ganzen Fullstack Armeen. Äh, das ist, äh, eigentlich an sich kein Problem. So. Hm. Ah, hier könnte ich noch ausbauen. Sonst kann ich, äh, die beiden noch ausbauen. Hier noch, da noch. Ah, genau, die habe ich nämlich jetzt, äh, erforscht. Gut, ähm. Dann würde ich sagen, erklären wir denen mal den Krieg. Warte mal. Ich werde zuhören. Wie lang kann ich nicht sagen, denn Staatsgeschäfte und eine Schale bester Oliven erfordern meine Aufmerksamkeit. Ja. In der Ferne... Gut. Wir werden... Also, jetzt ermögnt ihr mich schon gar nicht mehr. Das heißt, also, ich bin davon hartnäckig oder felsenfest zu nur noch verlässlich, äh, gegangen, weil, also, militärisches Bündnis aufzubrechen ist halt, ja, schon, schon heftig. Aber, aber, äh, das Gute ist, äh, wenn er mich jetzt so hasst und er mir, äh, den Krieg erklärt, dann, ähm, bekomme ich keine Mali, sondern... Ja, er bekommt, äh, also, bei ihm ist es ja eigentlich auch egal. Was auch lustig ist, äh, weil, äh, die können nämlich, ähm, die können nämlich, äh, meine Armeen blocken und, äh, sabotieren und aus, äh, kundschaften. Und sobald ich, äh, das mit meinen Agenten mach, bei Verbündeten, ist es gleich eine Kriegserklärung. Ja, nee, ist klar. So. Sieht, äh, sieht so aus, als würde der Rom eher gegen... Unsere Schatzkammern sind nicht so prall gefüllt, dass weitere Tribute eures Volkes unwillkommen wären. Oh nein, das ist ja schrecklich. 4.000 Nicht-Eingriffspakt. Ähm, Handelsabkommen? Äh, ist noch zu früh. Gut. Also, ehrlich gesagt, ähm, Rom würde ich, äh, also, ich würde, äh, mit Rom zuerst gegen Avena kämpfen und dann gegen, äh, Sparta, weil Sparta, vor allen Dingen in Häuser kämpfen, sind, äh, die Spartiaten sehr, sehr viel stärker. Extrem, extrem viel stärker. So, Piraterie wird, äh, gejagt. Ähm. Ach, sieh mal einer, an, plötzlich ist dann der Fullsteiger mehr. Okay. Also, egal, ähm, hier werde ich mal normal rumlatschen, hier auch normal. Und plötzlich ist da auch was, okay. Alter. Äh, da. Ähm, okay. Da werde ich auch noch ein bisschen warten. Hinterhalt, ja. Das überrenne ich einfach. Das ist... Mission, äh, Erfolg. 10.000, nochmal hinterher. So, äh, Fraktion, ja, erfolgreich, ähm, vernichtet. Ähm, da werde ich, äh, die Laura machen, die Laura. Hätte ich ja eigentlich, äh, also ich, ich dachte, das wäre unser Strateger und nicht unser Kommandant. Die, 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 kurz herumswitchen. Sorry. Wenn es, äh, zu schnell ist, äh, sagt es. Dann mache ich, ähm, ich kann auch, ähm, mehr, ähm, also die Gebäude erklären und so weiter, wenn ihr das wollt. Ähm, ich wollte sowieso vor, äh, vor einiger Zeit schon, äh, vor einem Vierteljahr oder so. Oder halben Jahr sogar schon. Oh je. Ähm, ein Tutorial oder mehrere Tutorials zu Romtol War rausbringen. Ähm, da ist halt, äh, mein Meister dazwischen gekommen. Oder die Meisterprüfung. Prüfungen. Ähm, und, äh, jetzt, ähm, fange ich halt gerade an mit der Selbstständigkeit. Deswegen, äh, liegt es gerade auf Eis. Aber wenn, wenn ihr, äh, wenn euch das interessiert, äh, dann, äh, klemme ich mich mal mehr dahinter. Ähm, genau. Weil momentan ist es halt, also, ähm, ich werde die Tutorial-Reihe zu Total War in vier Videos unterbringen. Also erstmal die Basics, dann so die, äh, also die, ähm, Politik, ähm, dann die Armee und dann, äh, die Kämpfe hier. Und, ähm, genau, das halt so schnibbeln. Ich brauche jetzt, äh, nur noch die, ähm, also drei sind schon fertig. Aber ich will alles zusammen rausbringen. Das glaube ich besser. Gut, dann würde ich sagen, äh, sind wir schon wieder am Ende angelangt. Äh, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und, ja, schreibt bitte, äh, schreibt unbedingt in die, äh, Kommentare erstens, äh, ob ich Pekamon mal in den Arsch, äh, äh, treten soll. Und, äh, genau, mit den Tutorials, ob's wichtig ist oder nicht. Gut. Ja. Dann bis nächstes Mal. Bye, bye. Ciao. 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 Ciao.